Gibt's mich? Also, kennt man mich? Bin ich berühmt? Also, kennt man mich auf der ganzen Welt? Oder nur in der Schweiz? Also, auf der ganzen Welt... Gibt's Witze über mich, wo ich mit dem Papst auf dem Balkon bin? Bin ich ein lieben Mann? Bin ich eine Frau? Kann ich zaubern? Bin ich den Kardinal Ratzinger? Nein, aber fast! Ja, fast, fast! Also, warte mal! Ich bin eine Frau, man kennt mich auf der ganzen Welt. Tue ich Bauchrednerin? Also, bin ich Bauchrednerin? Bin ich psychisch krank? Ja! Komme ich am Fernsehen? Ja! Bin ich Obelix und die Detektive? Nein! Ja, aber dann kann ich nur Bob Dylan sein! Fast, Hans Ueli, fast! Also, ich bin ein bösen Mann. Ich bin psychisch krank. Ich lebe nicht mehr. Bin ich der Weisel Gier? Bin ich Fussballer? Bin ich eine Figur aus dem Osten? Ja! Ja! Bin ich aus Asien? Nein! Schade! Ich hätte jetzt gedacht, den Konfuzius. Also, ich bin aus dem Osten, aber nicht aus Asien. Bin ich aus Österreich? Ja! Habe ich Magersucht und lange Haare? Ja! Bin ich Conchita Wurst? Nein! Bin ich der Doktor Lüdi? Fast, Hans Ueli, fast! Schade! Wäre jetzt gerne der Doktor Lüdi gewesen. Bin ich reich? Habe ich dem Präsidenten eines geblasen? Ja! Ja! Du musst die Frage anders stellen. Bin ich Monika Lewinsky? Nein! Also, ich bin drogensüchtig. Ich lebe nicht mehr. Man kennt mich auf der ganzen Welt. Bin ich der Amy Winehouse? Okay, Club 27 haben wir gesagt. Äh, ich habe auch Gedichte geschrieben und bin nicht ins Militär, gell? Bin ich Toni Vescoli? Bin ich der Pfarrer Krönsli? Nein! Bin ich der Jim Morrison? Nein! Schade! Wäre jetzt gerne der Jim Morrison gewesen. Bin ich ein Echsen? Ja! Habe ich mit dem Macron und dem Obama am Pornoring? Ja! Bin ich zwölf jüdische Familie? Okay, ich bin dran. Äh, tue nicht Blut trinken von Teenie Girls? Ja! Bin ich der Silvio Berlusconi? Nein! Schade! Tue mich Millionen von Menschen verzaubern mit meiner Panflöte? Ja, Kopf, ich komme nicht drauf. Aber ich bin schon aus Fleisch und Blut, oder? Ja! Hmm... Bin ich, äh, Conchita Wurst? Nein, das hast du schon mal gefragt. Also, ich habe gerne Brätkügelchen. Äh, komme ich aus einem Land, das berühmt ist für seine Brätkügelchen? Ja! Ja! Hmm... Also, ich bin etwas Warmes aus Fleisch und Blut. Bin ich Brätkügelchen der Knecht? Fast, Hans Ueli! Fast! Warm, Hans Ueli! Hmm... Ah, jetzt Hannis! Ich bin Brätkügelchen der Pächter! Ja, du bist Brätkügelchen der Pächter! Yeah! Ich bin Brätkügelchen der Pächter, jetzt Hannis! Brätkügelchen der Pächter!